Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Endlich mal ein bisschen mehr Bewegung, deswegen gab es gestern und vorgestern kein Video. Dafür heute mal wieder, denn heute lohnt es sich wirklich mal wieder, sich hinzusetzen und ein bisschen über den Bitcoin-Preis bzw. auch über Ethereum zu sprechen. Ja, wir haben gestern so einen leichten Abverkauf gesehen. Wir haben ein bisschen die Tiefs rausgenommen, daraufhin wieder erholt. Das werden wir uns jetzt gleich nochmal ein bisschen näher genau anschauen, auch welche Preislevel heute entscheiden werden könnten. Sehen wir möglicherweise die Marke von 28.000 US-Dollar? Oder maybe. Schauen wir es uns an. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und auch Signale. Wenn der Markt sich auch mal wieder ein bisschen mehr bewegt, kommen natürlich da auch wieder Signale rein. Also kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und weiterhin gilt natürlich die Aktion bei BingX. Zahlt 100 US-DT ein, also ihr macht euch einen neuen Account, zahlt 100 US-DT ein und kriegt 50 US-DT als Free-Trades, die ihr verschwenden könnt und die Börse damit auch nachhaltig testen könnt. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Denn momentan traden wir bei ungefähr 25.600 US-Dollar. Wir hatten gestern unseren Abverkauf gesehen. Und gestern in der Telegram-Gruppe haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube hier, nee, sogar ein bisschen weiter oben. Gestern ziemlich viele Charts hier drin gewesen. Ich weiß selber nicht mehr, wo der Chart ist. Auf jeden Fall haben wir gestern drüber gesprochen, dass es interessant werden könnte, sobald wir dieses Tief noch mal rausnehmen, aber darüber schließen. Und genau das ist im Endeffekt passiert. Heute Morgen gab es dann um 5 Uhr morgens diesen Pump eben nach oben auf knapp 26.000 US-Dollar. Also knapp an die 26.000 US-Dollar-Marke. Kein höheres Hoch. Das heißt, wir sind grundsätzlich immer noch in einem bearischen Bereich. Und ja, wir haben bis jetzt nur die Liquidität hier oben abgegriffen. Also grundsätzlich hat sich nichts geändert. Wichtig aber, wir haben die Tiefs hier erst einmal rausgenommen. Abgesehen von diesem Wig, den lassen wir jetzt immer außer Acht. Davon gehe ich trotzdem noch aus, dass wir uns den fischen. Haben wir natürlich jetzt die Wigs hier drunter geholt, die Liquidität gefischt. Viel liegt hier nicht mehr unten. Und ganz, ganz wichtig war, dieses Tief mit gleichzeitiger Bullish-Divergence hatte deutlich weniger Volumen drin. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir aber dadurch einen impulsiven Move bekommen mit sehr, sehr viel Volumen. Und da wird es jetzt eben drauf ankommen. Wir nehmen uns das FIP-Level, schauen uns das Ganze mal hier an und sehen, okay, unser Golden Pocket liegt hier bei 25.460 US-Dollar. Nehmen wir jetzt die ganze Bewegung mit, hat sich das Golden Pocket auf 25.3 verschoben, aber das 0,5er ist momentan meiner Meinung nach hier das Entscheidende. Also 0,5er bis Golden Pocket, das sind die Ziellevel, die ich heute mal ein bisschen im Blick habe, weil von dort aus könnten wir uns im Endeffekt eine schöne Long-Position aufbauen, von hier aus Long. Und dann wäre weiterhin der Zielbereich entweder die 26.100 oder 26.800 US-Dollar. Also ihr seht, die Marken an sich, also die Ziellevel haben sich wenig geändert, nur dass wir jetzt endlich mal ein bisschen Bewegung bekommen haben, die dazu führen könnte, dass wir endlich mal einen Long-Trade eingehen könnten. Und da ist eben momentan jetzt einfach hier dieser Bereich hier, den ich im Blick habe. Prozentual können wir uns das Ganze auch mal angucken, entweder am 0,5er, wo wir reingehen könnten, wären es natürlich 1,37%. Das wäre schon happig. Lieber wäre mir in dem Falle das Golden Pocket, dann wären wir so bei 0,95% als Long-Position. Ist trotzdem meiner Meinung nach relativ viel, aber irgendwo muss man ja mal anfangen und irgendwo muss man natürlich auch mal einen Entry suchen. Aber das ist jetzt momentan erstmal die Zielmarke. Wir schauen uns dazu auch nochmal den Traders Reality Indikator an, denn da haben wir auch eine fette Vector Candle. Auf einem 1-Stunden-Timeframe sieht man auch ganz schön, Daily Open liegt derzeit bei 25.165. Also hier unten kommt schon eine Menge zusammen. Es muss halt natürlich auch halten und deswegen müssen wir auch den Stop-Loss unter das Daily Open auf jeden Fall ziehen und unter die Vector Candle, das sind die Bereiche, die wir jetzt auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Auf dem 4-Stunden-Timeframe schauen wir uns das Ganze auch mal ganz gut an. Also auch hier eine fette Vector Candle, die wir hier gebildet haben, sollte mindestens zu 50% gefüllt werden. Deswegen auch eben dieser Bereich ums 0,5er, der momentan so ein bisschen in den Sternen steht, auch das Last Week Low hier eben und wie gesagt das Daily Open genau bei 25.165. Also das, ihr seht schon, es ist nicht einfach hier ein Entry zu suchen, aber wir haben hier mehrere Möglichkeiten, je nachdem wie der Kurs eben hier dann an diesen Stellen reagiert. Verrauschen wir hier natürlich durch. Es wird keine Limit Orders geben. Es wird hier sehr, sehr wahrscheinlich einfach wieder ein ganz normales Setup dann kommen, wenn es soweit ist. Also relativ spontan. Aber das ist jetzt erstmal der Plan. Und wie gesagt, grundsätzlich hat sich nichts geändert. Wir sind weiterhin in einer absoluten Bärenphase. Wir haben tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Also weiterhin erst einmal bearish gerichtet. Brechen wir hier oben mal die Marke von 26.100 US-Dollar. Wie gesagt, dann haben wir die Möglichkeit in Richtung 26.800 oder 27.200 US-Dollar zu steigen. Die 28.000 US-Dollar weiß ich nicht, sehe ich derzeit noch nicht. Dafür müssen wir wirklich hier Step by Step gucken. Aber das ist jetzt erstmal hier oben unser weiterhin Ziel-Level und die Chance besteht, dass wir heute endlich mal nachhaltig in eine Long-Position reingehen können. Morgen haben wir dann VVPI-Daten, sind wir natürlich dann live um... Ich müsste mal gucken, wann das war. Was sind wir da live? Weiß ich noch gar nicht. Ich will jetzt keine Versprechung machen. 14.30 Uhr muss ich gucken, ob ich es schaffe, hier live zu gehen. Aber auf jeden Fall um 14.30 Uhr kommen noch morgen die VPI-Daten, die dann auch nochmal ein bisschen Bewegung sorgen könnten. Sollten die positiv ausfallen, ist das natürlich auch für Krypto positiv. Und dann könnten wir sogar wirklich die 28k sehen. Aber das steht einfach noch in den Sternen. Das ist noch zu weit weg. Das sind noch 2,5k. Ich gehe weiterhin eher davon aus, dass wir uns hier oben maximal diesen Zielbereich holen und dann abverkauft werden in Richtung, ich sage jetzt mal zwischen 23.3 und 24.2. Das ist weiterhin hier unten das Konterlevel. Und daran hat sich nichts geändert. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Auch hier im Endeffekt haben wir unser tieferes Tief bekommen, nur mitten im Nirgendwo. Also hier charttechnisch absolut meiner Meinung nach uninteressant. Natürlich Tiefs hier abgegriffen, aber wenn wir das jetzt nochmal mit Bitcoin vergleichen, schaut euch das an. Da waren die Tiefs jetzt minimal tiefer, sage ich jetzt einfach mal. Und hier sind wir einfach komplett deutlich runtergerauscht. Also hier sind wir momentan im Nirgendwo. Hier irgendwie Longposition zu suchen, würde ich einfach nicht raten. Ansonsten schauen wir uns auch mal hier ganz kurz den Traders Reality Indikator an. Natürlich haben wir dann hier im Endeffekt auch eine Vector Candle bei 15, also bei 1557 Dollar. Auf den 1-Stunden-Chart schauen wir uns den 4-Stunden-Chart an. Dort haben wir den bei 1551 mit auch dem Daily Open in diesem Bereich. Also hier, je nachdem, ob es hier überhaupt hinkommt, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir bei Ethereum nicht in den Trade reingehen. Wir schauen uns das Ganze mal mit einem FIP-Level an. Würde natürlich deutlich besser gefallen. Also hier sieht man natürlich FIP-Level mäßig 1555. Wir hatten es gerade, dort beginnt im Endeffekt diese Vector Candle. Würde sogar besser passen als bei Bitcoin derzeit. Also auch hier, wir können es mal im Blick behalten. Dann gehe ich aber auch davon aus, dass diese Candle hier wieder aufgekauft wird, beziehungsweise abverkauft wird. Und von hier aus dann mit einem höheren Tief eine Aufwärtsbewegung gestartet wird. Wie weit die im Endeffekt führt, wir haben unser Maximumziel hier oben weiterhin die knapp 1700 US-Dollar, beziehungsweise auch mal so ein kleines Zwischenziel hier bei 1680. Da gehe ich weiterhin davon aus und dann nochmal einen größeren Abverkauf früher oder später 1400 bis sogar 1300 US-Dollar. Also ihr seht, es ist ein bisschen mehr Bewegung da. Wir können möglicherweise in Trades reingehen, aber so dieser komplette Pump oder Dump, der ist einfach noch nicht da. Schauen wir uns dann oder hoffen wir, dass im Laufe des Tages ein bisschen mehr Bewegung ist. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus nichts zu sagen. Gold und sowas, Stockmärkte, ein bisschen unter Druck, aber ansonsten tut sich derzeit wenig. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen auf jeden Fall wieder oder im Laufe des Tages dann in der, wie besagten Telegram-Talk- und Signalgruppe. Gerne reinscheuen. Das war es von mir. Wir hören uns dann spätestens morgen wieder. Bis dahin. Schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay critical.